Sabag, der Name steht für das grösste Schweizer Familienunternehmen im Baustoffhandel. Und als Ihr Partner für Bauen, Wohnen und Design steht er für die gute Wahl in den Bereichen Küchen, Bäder, keramische Platten, Holz, Garten und Baumaterial. 1913 von Otto Jordi gegründet, hat sich die Sabag über 100 Jahre hinweg vom Kleinbetrieb zur dynamischen Firmengruppe entwickelt. Heute bilden acht selbstständige Sabag-Firmen unter einem Holdingdach die Sabag-Gruppe. In den Bereichen Küchen, Bäder, keramische Platten, Holz, Stahl und Baumaterial arbeitet die Sabag mit namhaften Herstellern aus aller Welt. Dazu produzieren wir für Sie individuelle Sabag-Küchen und Sabella-Design-Badezimmermöbel. 800 Mitarbeitende heissen Sie als Bauherren oder Profikunden an 23 Standorten und in 18 Ausstellungen von Genf bis Rapperswil herzlich willkommen. An mehreren Standorten führen wir Profi-Shops. Hier erhalten Baufirmen und Handwerker Armierungsstahl und Pfähle, Baustein und Bauplatten, Gips und Verputze, Bedachungs- und Fassadenmaterialien, Werkstoffe für den Tiefbau sowie Zubehör und Werkzeuge. Hier und in allen anderen Sabag-Ausstellungen freuen wir uns, Sie mit Fachkompetenz und vielen Ideen bei Ihrem Neu-, Um- oder Ausbauprojekt zu unterstützen. Sabag – die gute Wahl